Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Moin und willkommen zum neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute präsentieren wir euch die neue Baureihe 111 von Pico mit einem Holzstromabnehmer und einem passenden Nahverkehrszug. Viel Spaß bei dem Video und wir haben dieses Wochenende die 400 Abonnenten überschritten. Danke an alle die da mitgeholfen haben und die immer noch dabei sind und viel Spaß mit dem Video. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.